Servus beieinander, ich bin der Walner Niklas, ich bin 21 Jahre alt, habe 2016 meine Lehre zum Brauer und Melzer bei der Brauerei Schoram angefangen. Ich bin nun seit eineinhalb Jahren ausgelert und da herinnen in der Füllerei zusammen mit drei anderen. Wir haben auch drei Junge und einer, der auf uns aufpasst. Zwei davon kehren noch zur Palettierung, die kümmern sich ums Lehren voll gut. Unsere Aufgabe ist, dass wir das Bier, das wir von der Filtration bekommen, qualitätserhaltend abfüllen, das Ganze geschieht unter Druck, dass das Glas schon nicht übergeht, dann kommt der Deckel drauf, das Etikett ohne und der Bierfahrer kann es mitnehmen und euch nach Hause bringen, dass ihr es daheim genießen könnt.